Ich hatte Geburtstag, beziehungsweise gestern und dieser Titel kann ein bisschen irritieren. Also nochmal sorry dafür. Und jetzt komme ich zu meinem Geburtstagsgeschenk. Bei 150 Likes werde ich ein Video auf Italienisch machen. Ich verlange von euch, dass ihr mir Likes schenkt. Natürlich nicht, das ist eure Entscheidung. Jetzt mal Spaß beiseite. Ich bin ja 16 geworden und bin eigentlich stolz drauf. Und das Problem ist, mit 16 kann man sehr viel Unfug betreiben. Oh, geiles Achievement. Crafter. Mit 16 kann man sich theoretisch Alkohol kaufen. Spiele ab 16. Ich bin runtergefallen. Ich fette Missgeburt. Mein Gott, Gomme HD leckt heute mal gar nicht. Am Freitag bin ich mit einem Kollegen rausgegangen. Das war der liebe Ahmed. Samstags werde ich mit ein paar Kollegen wieder rausgehen. Dann gehen wir zum Chinesen und dürfen erstmal genüsslich Hundefleisch verzehren. Hm, lecker. Ich freue mich wirklich mega hart, mit 16 hier noch Minecraft zu spielen. Das könnte man sich eigentlich gar nicht so vorstellen. Und wirklich so viele haben mir auf Skype gratuliert. Ich will jetzt nicht lügen, aber so geschätzt um die 70, 60. Und das tue ich wirklich zu schätzen wissen. Grüße gehen raus an den Pascal und den Dominik. Riesengroße Hurensöhne. Ich bin momentan halt noch in der 10. Klasse. Mach halt noch meine mittlere Reife. Und anschließend werde ich dann eine Ausbildung starten bei McDonalds. Habe ich ja schon mal in einem anderen Video erwähnt. Da werden auf jeden Fall noch die ein oder anderen Vlogs folgen. Vlog. Oh mein Gott. Mom. Du sollst dich mit ihm? Ich. Du mein PC und er ist legt da. Er guckt sich Sherlock an. Like das Video, sonst würde ich Christian eines Tages besuchen. Das Video, sonst würde ich ja schon mal sehen.